herzlich willkommen zu einer neuere folge let's play minecraft heute auch wieder mit aktuell leider nimmt das programm seine stimme immer noch nicht auf aber wird trotzdem schönes leben jetzt noch was vergessen okay mach du das ja das ist unsere fahrradkammer hat das die älter gebaut ist unsere bücherei hier ist die tier wir haben in der zwischenzeit ein bisschen gebaut weil in der zwischenzeit gab es ein paar probleme deswegen konnten wir das nicht aufnehmen das habe ich in der zwischenzeit schon mal alles gebaut das ist die treppe mit der kuppel wie geht die titel hier auf ja wie man sieht die sonne geht schon unter ja man kann ja wirklich den sonnenuntergang sage ich jetzt mal so genießen ich brauche noch klar doch brauche ich zu das hat er offen hier ist die ds bank holz krimskram ausrüstung erze glas sand kies glas ach jetzt immer noch kein glas drin ok und steiner steiner wo bist du du bist du du bist auch von der storm in höhe nach zwei blöcke glas blöcke sind wieso hast du da bücher drin und ich nicht ja gut hör mal auf so gehen dann bett du heuer machen schlafen ja ja sie sind wir jetzt an zufrieden ja ja was ist das denn hier guck mal ach so ja bei jenet in der tunnel ne ich mach den mal ein bisschen weiter danke habe ich habe ich nicht gesehen und deshalb habe ich alles du wir bauen wir sie unsere treppe weiter Nein, ich suche da schon eine Alternative, wie wir das dann weitermachen. Kommt immer drauf an, wie viel wir am Tag schaffen. So viel, wie es jetzt momentan geht, am Folgen erst mal aufnehmen. Ja, morgen kann ich auch aufnehmen. Ich sag mal morgen Sonntag. Ja, ja, ich soll schon das. Morgen ist Sonntag. Ach ja. Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Ah, Achtung. Nee, normal nicht. Du. Ich auch noch nicht. Okay. Vielen Dank. Okay. Okay. nichts alles noch ja ich nehme noch auf wir sind bei sieben minuten ja ich muss weiter geht es hast du noch ein paar von diesen leuchten gut doch nach der zeit tut das und was sagst du da kommt ihr kommt gleich wieder glas durch hast denn noch kaputt was ja mache ich gleich aber wir haben ja momentan gleich kein glas könntest du mal welches machen egal wer ist das denn gemacht das ist gut den wasserfall dann können wir ja aber dass sie bei uns das können wir zu machen oder ja weiß ich nicht momentan aber weniger lasst uns lieber über mein kopf drehen ja das ist ja gut ja die sind dann vorratskammer ja ja Ja, die ist noch so ein pink, so ein pinken Bereich. Das hier reicht, das hier reicht Zeit, ich habe noch... Ja, ok. Du hattest ja Runde, ja? Ich habe, glaube ich, noch welche. Ey, guck dir mal den Eingang an, da sieht es ja wohl hammer scharf aus. Da sieht es ja richtig gut aus. Würdest du nicht auch, dass der Eingang gut gelungen ist? Ja. Okay, was brauchen wir für Glas, damit du da Glas machen kannst? Sand. Nur Sand. Dann mache ich mich mal auf Versuche. Ja. Ja. Warte, ich will eben gucken, wie das dann aussieht und das leuchtet, ok? Dann komme ich. Wir können uns die Münster ja eh nichts. Ich gucke mal... 13 Minuten 32, nämlich auch... Was ist das? Boah, das sieht ja richtig hammergeil aus. Ich gucke mal jetzt. Ja. Danach mache ich mich auch Sand suche. Tschüss, gute Nacht. So, fünfte Minuten, das war eine Folge Let's Play Minecraft und wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Ciao. Jangan lupa wieder. Untertitelung des ZDF, 2020